Die deutsche Vizemeisterin Das sind unsere Favoritinnen hier im dritten Vorlauf, über 60 Meter der Fall. Die deutsche Vizemeisterin Das sind unsere Vizemeisterin Das sind unsere Vizemeisterin Der Vizemeisterin Der Vizemeisterin Das sind unsere Vizemeisterin Lina Günther und 7,49 Sekunden. Ja, auch hier kriegen wir die Beschäftigung, 7,49, offiziell Siegerzeit für Lina Günther im dritten Vorlauf. Dann Mareike Peters, 7,51. Dann Mareike Peters, 7,50, offiziell Siegerzeit für Lina Günther. Dann Mareike Peters, 8,50, offiziell Siegerzeit für Lina Günther. Untertitelung des ZDF, 2020